Trotz Trennung, Maite Kellü liebt ihren Ehemann noch immer. Die Gefühle sind immer noch da. Vor wenigen Tagen überraschte Maite Kellü, 37, ihrer Fans, sie und ihr noch Ehemann Florent Rimm und gehen seit dem Sommer vorerst getrennte Wege. Die beiden galten als Traumpaar der deutschen Medienlandschaft und feierten Ende August eigentlich ihren zwölften Hochzeitstag. Nach den Liebesausschlagzeilen gab die Sängerin jetzt ihr erstes TV-Interview, sprach über die emotionale Trennung und verriet, dass sie immer noch liebe. Da ist noch sehr viel Liebe da, sehr viel Achtung. Aber ich glaube, es gibt einen Moment, in dem man merkt, es geht als Paar nicht weiter. Punkt Komma Manchmal ist Lieben auch ein Stück weit loslassen, erklärte sie in der WDR-Sendung Kölner Treff, während ihr Gatte im Publikum saß. woah, 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 woah , woah, woah, woah what puh. Untertitelung des ZDF, 2020